Dieses Hochdruckgebiet schiebt nämlich kältere Luft durch den Mittleren Westen. Unser Eiszapfentag der Woche mit minus 4 Grad. Ich mag sein Gesicht nicht. Ich mag ihn. Sieht gut aus. Mein Job ist eigentlich sehr einfach. Zwei Stunden am Tag vom Teleprompter ablesen. Hey, Wettermann! Alle paar Monate wirkt jemand etwas nach mir. Ich bekomme ziemlich viele Vergütungen, praktisch ohne jede Mühe oder Mitwirkung. Die Shakes sind wahrscheinlich eine Reaktion darauf. Warum würde jemand einen Shake nach dir werfen? Du liest nur die Wetternachrichten. Wie geht es Shelley? Dir geht es sehr gut. Es ist nutzlos, dass Shelley tanzen geht. Sie sollte sich ein Hobby suchen, aus dem sie mehr Freude schöpfen kann. Wir haben darüber schon gesprochen. Du solltest lieber etwas tun. Mein Vater ist Robert King Sprezel. Er war ein sehr guter Schriftsteller und ein prima Vater. Du machst dir immer Sorgen um deine Kinder. Egal wie alt sie sind. Zu tun gibt's immer etwas. Noreen! Au! Was sollte das denn? Ich wollte nur... Du hast dich direkt reingedreht! Letzten September hatte ich Shelley am Montag sich Gedanken über andere Hobbys zu machen. Sie entschied sich verbogen zu schießen. Au! Und wehe! Du vergisst die Remolade! Hörst du? Remolade, 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 Remolade. Was sollst du noch irgendwas? Nein. Wo ist die Remolade? Ich dachte du wolltest die Sache wieder einbringen. Mach ich. Gib mir Zeit alles wieder hin zu biegen. Ich krieg das hin. Das ist ja großartig. Ist dir klar, dass die schwerere Entscheidung und die richtige Entscheidung in der Regel ein und dasselbe sind? Los geht's! Team Spritz! Leicht ist nichts in der Erwachsenenwelt. Um etwas zu erhalten, das von Wert ist, muss man Opfer bringen. Das ist die Lektion. Bring mir's zu Ende. Die Leute werfen keine Sachen mehr nach mir. Vielleicht will ich einen Bogen mit mir rumtragen. Hallo Wettermann! Das zu akzeptieren ist nicht leicht, aber leicht ist nichts in der Erwachsenenwelt. Okay, lass ihn fliegen. Großartig! Großartig!